und willkommen zurück zu simcity hier wieder mal am wochenende und wieder natürlich zu zweit mit dem fed ace und dem gamble lp womit wir eigentlich zu dritt wäre aber nichtsdestotrotz genau ja ich bin noch etwas ich habe eben noch geschlafen ich glaube ich bin noch nicht ganz so ganz so wach ich glaube ich habe gerade beim sprechen vergessen meine push to talk taste zu drücken insofern wird mein gruß bei euch nicht angekommen sein du spielst mit push to talk ja okay nee sowas mache ich nicht mehr das ist mir zu aufwendig okay so ich muss erst mal gucken dass ich diese ölstadt ans laufen kriege ach ja du hattest ja da unten eine neue stadt besiegelt da komm ich doch direkt mal besuchen ja ich muss auch noch ein bisschen rum schauen hier brennt es auch überall ich habe noch keine feuerwehr muss jetzt mal schnell verbrechern regiert auch schon wieder wie immer immer das gleiche was du immer mit deinen verbrechern ja ich zieh die irgendwie an ja sie ist die groß ich züchte diese ich glaube ich war auch noch mal noch mal ein trauer irgendwo hin ja ganz hervorragende idee alles hier mit strom kohle kohle braucht er wieder hier ich kann ja mal gucken ob ich dir vielleicht ein paar feuerwehrwagen runterschicken ja vorhin sind ja welche gekommen irgendwie also das heißt wohin beim letzten mal aber irgendwie jetzt zeit gut ich habe jetzt eine eigene weil komischerweise die kommen ja auch teilweise dann automatisch aus anderen städten auch wenn die gar nicht zugewiesen wurden weil hier jetzt steht bei mir auch wieder feuerschutz feuerschutz für nachbarn verfügbar das heißt wenn du eine baust dann keine ahnung aber du kannst ja zusätzlich noch welche dann halt wirklich zuweisen scheinbar sehr komisch gibt es eigentlich mal irgendwie schon irgendwelche bekannt gaben bezüglich des nächsten dlcs oder so wie das ausschaut wann und was noch nichts gehört okay keine ahnung angeblich soll ja jetzt auch schon ein neuer patch für simcity drauf sein aber bei mir wurde überhaupt nichts geladen ich hatte da bei der gamestar gesehen hat da zumindest in usa wohl schon patch fünf aufgespielt sein soll okay neben mir war nichts habe ich nichts mitbekommen aber die kohle ist immer noch nicht angekommen bei mir also das geld ich glaube ich muss noch mal rüber in die andere stadt vielleicht ist es noch nicht verschickt worden also abgezogen ist es schon ja das waren deine verbrecher genau ja genau haben sich nachdem ja am ende der letzten folge die wir aufgenommen haben hier der meteoritennagel bei mir runter gegangen ist muss ich auch mal wieder hier das gymnasium aufbauen und meine feuerwache da sagst du das mit gymnasium da muss ich auch mal gucken ob das mit den bussen da jetzt funktioniert ob die sich da wieder alle irgendwo quer über die straße stellen und da nichts machen weil ich glaube darunter das ist übrigens etwas was in dem fünf nuller patch der vergangenheit angehören soll ja da bin ich ja mal sehr gespannt also hier beim müllabfuhr oder sonst wie was wo die ja fahrzeuge nicht raus fahren ich habe mir gerade mal die gamble stadt an herzlich willkommen ja schon recht groß was hast du einen einwohner bei mir steht 130.000 passt das 146.000 ist komisch dass es nicht passt irgendwie das ist daran so schwer so eine information rauszulesen kann ich nicht verstehen da brauchst du auf jeden fall eine hoch entwickelte universität was mir auch aufgefallen ist diese komischen gitterlinien sind wieder weg oder aber schon seit längerem glaube ich das war mal so nach dem ich weiß nicht welcher patch das war da waren irgendwie oft auf der grünen fläche hast du mal so ganz kleine gitterlinien gesehen das habe ich auch noch irgendwo in dem video bei mir drin das fand ich sehr also ich fand stören irgendwie aber das ist scheinbar weg ist mir nicht aufgefallen nach ranzoomen hast du das aber immer noch wirklich naja also zumindest sehe ich hier da zwischendurch bei mir ist gar nichts ist einfach freie fläche ich habe auch nichts in den optionen eigentlich geändert weil ich habe da immer geguckt ob man das ausschalten kann weil mich das echt genervt hat ich habe jetzt mal die steuern mal wieder auf 15 prozent runter also da steht wirklich kohle also der rohstoff ach so ja stehen hier im stau krass du hast vier landebahnen schon gefordert sind sie aber alter was brauchst du so einen riesigen flughafen schon den habe ich aber jetzt auch schon seit den letzten beiden folgen aber so groß lohnt sich das lohnt sich sowieso nicht also ich habe ja auch sämtliche spielhallen dicht das scheiß monument das macht auch nur verlust ich glaube also mit der stadt habe ich mal so null glück oder null händchen was tourismus angeht aber dann würde ich an deiner stelle erst mal drei landebahn schließen und halt auch die dinger hier die kannst du separat dieser charme ja weil du zahlst da 2600 in der stunde für das ist massig viel eigentlich und dafür dass deine stadt ja noch nicht so groß ist also bei mir bist du übrigens 12.000 im minus in der stunde ja das hat händen also momentan jetzt nur noch 7.000 aber ja ja okay das übliche aber eben das verstehe ich nicht diese spielhallen hier bei dir an der seite die kleinen die müssten eigentlich voll gut laufen ja sollten müssten weiß der hänker ja mal spaßes habe wir mal wieder eine aufmachen aber was hast du denn da gebaut die slots aha okay also ich habe das immer so gemacht und das hat bei mir einfach richtig geil funktioniert also die die kleinen dinge die haben immer so um die 37.000 dann gewinn gemacht aha ich habe immer das den münzslot dings halt diese eine arme gemandiert dieses ding gebaut und dazu ja da musst du mal gucken weil da steht in der beschreibung drin welches dazu passt ich glaube die diese diese lounge zum also diese getränke lounge aha da steht dann dass sie sich davon dann erholen können von den verlusten oder so ein scheiß ok also ich weiß nicht ob das wirklich so so äh 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 einschluss drauf hat aber das andere ist halt vom text her auch auf die auf das was war das andere überhaupt auf das casino ding da war das glaube ich ne ja das casino ding dieses poker ding oder was war das ah blackjack ne genau der comedy club und dadurch kommen halt auch mehr mehr leute in die casinos hm schau mal einfach mal hier bei einem so gemacht das hat was bringt so dann gehe ich mal wieder in meine stadt nach riverside wir brauchen dann eigentlich nur noch das geld um mit dem flughafen schon mal anzufangen oder ja ja was wollte ich hier denn machen überhaupt ok schulbussen sind auf jeden fall schon mal keine auf der straße ist schon mal gut mein verkehr hält sich auch noch in grenzen noch sieht das alles schön aus kein stau auf der autobahn noch nix ja am anfang ist immer alles sehr rosig glaube ich wenn das spiel gerade neu geladen ist diese drecks dinge machen wieder verlust ohne ende naja naja so das ist eine billig veranstaltung also ein lager habe ich jetzt schon komplett voll ich glaube ich baue mal direkt noch ein zweites für die äh was ist denn das überhaupt metall habt ihr schon irgendwas an rohstoffen irgendwie eingelagert ich habe jetzt ähm 3,6 tonnen metall und 3,8 tonnen legierhoch ah ok na gut das ist schon mal nicht schlecht äh ich glaube ich baue mal da noch eins hin an die ecke hier dann bin ich echt mal gespannt ob der flughafen da so tourist mäßig was bringt na hoffentlich na hoffentlich ja ich hoffe es auch und will die uni ah was habe ich da dann nochmal boah was die kostet ey einfach mal 4.600 in der in der stunde er hat gesagt mir überfüllte klassen wie soll ich denn eine universität ausbauen da muss ich eine zweite bauen oder was kann er da keine klassenzimmer zu machen ähm ne aber du kannst ja glaube ich die uni upgrades die kannst du doch ach so ja stimmt ich kann ja noch eine bauen was baue ich denn ich weiß es immer noch nicht wirtschaftsuni ingenieursuni oder die naturwissenschaftliche ich glaube die naturwissenschaftliche ist fast am sinnvollsten ich weiß noch nicht wie jetzt gemeint ist für das hier mit dem mit der wirtschaftsuni da steht das steigert bei besuch durch die durch sims den wirtschaftlichen profit der gesamten stadt heißt das auch wirklich dass die touristende mehr profit machen weil ich finde das sehr schwammig formuliert oder ob das sich nur auf die geschäftsdinger da bezieht also halt auf ja industrie und handel oder nur handel oder was heißt das ja das ist nicht so genau also vom worten her würde ich auch sagen die touristen aber weißt du es halt nicht hm ja das klingt eher nach touristen ich brauche mal die wirtschaftsuni ich probiere das jetzt aus wenn ich irgendwo platz habe dafür was hat er gebaut ich muss irgendwas abreißen hier wieder so wege hier was ich auch noch mach weil das problem ist immer wenn ich irgendwas baue oder was bauen möchte dann fehlt mir die kohle beziehungsweise ich komme dann super schnell wieder in die miesen und ich mag jetzt nicht irgendwie dauernd bei 20% steuern bleiben auch wenn die dazu zahlen anscheinend bereit sind das finde ich sowieso so hart ja ich bin jetzt bei der uni alter ey meine uni kostet 6100 in der stunde was das ist schon heftig ja ich habe jetzt schon 3 anbauten also 3 erweiterungen plus 3 wohndinge also diese wohnheime oha das war eigentlich gar nicht geplant also so viel hatte ich noch nie das ist voll komisch die kommen ja alle echt hin ich weiß nicht ob das an euren städten liegt dass sie vielleicht von da auch noch kommen oder halt allgemein weil ich halt so ja 2 2 bahnhöfe normale bus bus terminal und alles gebaut habe keine ahnung vielleicht sind da auch meine drei ganzen touristen hin die sind alle in der uni jetzt die lieber studieren also ich schicke gerade ne warte mal hier bildung bildung ne bildung schicke ich zu dir nach riverside gar keine ok ach ja das kann man ja sehen ne genau ja da guck ich doch mal ich schicke zur bildung meine leute zum ace nach los monetas ok ja und ansonsten bekomme ich aus ölbucht in riverside ähm studenten zu mir ich sowieso von allen irgendwie die schüler aufs ober gedrückt ich habe gerade mein gymnasium jungs hm also ich eben ich schicke dir auch welche drüber keine ahnung und sonst ja bestimmt ein elite gymnasium oder so ja ganz kostet einfach nur viel wahrscheinlich oh ich mach nur noch 600 in der stunde plus oh mein gott das ist nicht gut so mein abwasser schicke ich immer noch nach las monetas ja ja machen ja du kommst ein bisschen neues frisches grundwasser von mir ja außerdem ein bisschen was kohle ja wo aber die öffentlichen verkehrsmittel von mir die sie schicken dir schon einiges rüber mit nach las monetas ja ja auch der exe die irgendwie nur busse vom exe wat ich bin im riverside meine ganzen busse sind hier bei mir in der city ok ich bin beim aha man was machen die denn da ich bin schon wieder im minus mit meinem strom hä oh meine müllabfuhr die tut wieder nicht das machen was sie soll hier fahren die ganze zeit kohletransporter durch die gegend die einfach leer sind aber die fahren immer wieder an meinem kraftwerk vorbei ok ok auch interessant und was waren die hier der ist voll die stehen alle im stau hier mein gott warum bewegt sich denn da nix krass spielhalle macht auch schon wieder verlust ohne ende ach scheiß was drauf ich reiß jetzt den ab ich glaube ich habe echt so wenig touristen wegen dem blöden verkehr ja aber das hat echt überhand genommen ja also das verkehrsproblem bei mir stadt auswärts staut sich etwas also die wollen alle von mir weg warum auch immer warum auch immer hier können sie ja wohl kaum wollen hier wegen der steuern aber keine ahnung weil ich jetzt äh mit 15 prozent steuern auch schon wieder ein bevölkerungswachstum von 20.000 oh ja was ist denn los mit aber ich kann machen was ich will ich habe immer noch so ein müllproblem also müll könntest du rein theoretisch auch zu mir schicken dann schick mir mal ein paar äh müllwägen rüber ja warte und ich habe hier gerade momentan irgendwie was 2600 von 13.000 gelehrte mülleimer pro tag äh wie kann ich das überhaupt zuweisen ähm du musst in die regionalansicht gehen und dann drückst du unten auf müll genau dann drückst du auf meine stadt und dann kannst du dann müllwägen zuweisen wobei ich ehrlich gesagt ich habe keine ahnung wieso meine müllwägen nicht das machen was sie machen ich habe jetzt extra schon eine zweite müllhalde gebaut aha haben die haben die haben überlege nämlich ob ich dir auch diese wertstoff sammelwagen schicke kannst du ruhig machen weil dann würde ich nämlich für mich hier noch eine zweite recycling zentrale bauen ja mach mal ja mach mal ey sag mal ich habe hier gerade voll den krassen Bug wieso ich habe das Gefühl es können keine LKWs zu meinem äh zu meinem Kohlekraftwerk fahren weil die anderen die kommen hier gar nicht mehr weg die fahren hier seit die drei Dinger die sind leer die fahren hier nur im Kreis aber die Straße ist verbunden aber die drehen immer um was ist das denn die fahren immer bis zum Bahnhof und dann drehen sie um hä ne jetzt jetzt fahren sie die haben wahrscheinlich keine gute Schulbildung genossen und verlassen sich zu viel auf ihr Navigationsgerät warte mal ne das sind andere stimmt sein jetzt rechts abbiegen jetzt rechts abbiegen ja erfahrbar in sehr lange Folgen ja vor allem das Problem ist alle anderen das verstehe ich nämlich auch nicht so ganz ich für mich sieht das aus die anderen fahren nämlich ich habe ja noch ein zweites Kohlekraftwerk und die fahren nicht in das Kohlekraftwerk die fahren daneben in das Handelsdepot ich weiß zwar nicht was die da wollen weil da ist gar kein Lager für Kohle da sind die alle da reingefahren sind da wieder rausgefahren und sind voll mit mit einer vollen Kohleladung aus meiner Stadt wieder raus also hä und da oben ist einfach mal das Ding ist leer und ich hab deswegen voller Stromproblem gerade und das fährt einfach kein LK wieder hoch wollt der mich eigentlich verarschen oder was euer Kohlevorräte kritisch ich verbinde das jetzt einfach mal kurz irgendwie auch wenn es hässlich aussieht da bin ich mal gespannt ob da da hin fährt das geht ja gar nicht an hier jetzt fahr da hin folgen sie dem Kreisverkehr ah jetzt sind sie auf jeden Fall weg das haben sie geschafft da rauszufahren das ist ja voll strange die fahren auch nicht die Straße entlang die fahren die Hauptstraße entlang obwohl das viel länger ist eigentlich und dadurch völlig kriege ich wieder voll die voll die Hass E-Mails von meinen von meinen Leuten wahrscheinlich ne wir haben keinen Strom jetzt fahr da hin ey so mal gucken ob der voll ist hier ok zehn Tonnen hat er dabei mal gucken ob er die abliefert jetzt boah dieser Strom-Sound geht mir auf den Nerven ey ähh so aaah sehr gut mein Gott da musst du wirklich auf jeden Scheiß achten hier und ich hab immer noch mit Geldnot zu kämpfen ich weiß nicht was ich dagegen machen soll womit? mit Geldnot wenn ich hier die zieh immer aus und da steht da voll oft Geldnot aha ich meine äh muss weiter gucken was ich kann Steuern habe bei Geldnot hatte ich irgendwie öfter wenn denen die Grundstückspreise zu hoch waren also wenn es jetzt nicht an den Steuern gelegen hat dass denen die Grundstückspreise zu hoch waren ok boah ich kann hier gleich in der Ansicht bleiben ey ich bin gerade fertig mit abreißen dann komm ich wieder drei neue dazu bei diesem Planierding ja mein Gott was ist denn los jetzt hier und immer Geldnot da muss ich mal was im Internet zu durchlesen glaube ich alter ja wie ist es bei dir jetzt mit dem Müll abholen oder so macht sich dort schon was bemerkbar oder? hm keine Ahnung Campbell bitte? wie das mit dem Müll abholen ist ob sich da schon was bemerkbar macht ähm momentan ehrlich gesagt noch nicht wirklich ok ich habe jetzt meine andere Müllabfuhr nochmal komplett ausgebaut jetzt habe ich quasi zwei ähm zweimal 16 Müllwägen also die kompletten 32 aber wir sehen was jetzt kommt am Tag ok momentan bin ich bei 2890 ich glaube echt dass ich meine Industrie vergrößern muss weil ich habe auch 3000 Arbeitslose die kannst du mir rüberschicken ich habe noch 3900 nicht besetzt ja siehste eben aber nein ich habe ja keinen Platz na gut das Ding müsste ich hier wegreißen hier das Handelstepot und das Kraftwerk muss da weg wieso habe ich eigentlich drei Kraftwerke mit achso weil ich keinen Strom habe wie sieht es denn aus mit der Bildung zweieinhalb das reicht noch gar nicht für ein Atomkraftwerk ätzend wenn das über eins gehen würde oder soll ich das einfach mal riskieren willst du das wirklich? ja bis jetzt noch nie was passiert bei mir aha ok aber irgendwas muss ich auf jeden Fall machen das geht mir grad ziemlich auf den Nerven dass ich hier anhörer und hier die Dinger abreißen muss sobald die neu gebaut sind die Häuser ok da treffe ich jetzt auch nicht ich habe dem Gamble da die Müllwagen geschickt und äh kriege ich hier eine Einblendung dass ähm die Bürger von Riverside dankbar sind für die Müllwagen die ich geschickt habe haha ok vielleicht schmeißt du die es auf und dann die Einblendung dass äh die Gewinne da bei bei Gamble also dass die Gewinne einfahren ok ok sag mal wenn ich mein Recyclingzentrum erstmal schließe meine Lager bleiben dann aber trotzdem voll ne? ja ich glaube solange du die nicht irgendwie ähm da auf ähm Welthandel oder so einstellst dann bleiben die voll also solange das lokal verwaltet ist oder was da bleibt das ok 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 es ist gerade sehr sehr mühsam ist gerade sehr sehr mühsam ach jetzt kommen hier gerade Wertstoffsammelwagen aus Las Monetas jetzt erst jetzt erst ok ja die kommen hier gerade an aber die stehen irgendwie auf der Autobahn im Stau also ah super ja 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 So, ich bin mal gespannt, ob mein Verkehr sich jetzt irgendwie umleitet, so durch die Stadt, weil unten an dieser Hauptstraße, die so am Meer da lang führt, da ist einfach mal nix, oder am Wasser hier. Wir fahren alle nämlich immer oben durch das Zentrum und ich habe jetzt so weit die Straßen abgerissen, dass sie eigentlich da nirgendwo mehr hin können. Okay. Ich bin aber sehr gespannt. Ja, weil bei den ganzen Sehenswürdigkeiten ist der Verkehr voll hoch und deswegen habe ich da keine Touristen wahrscheinlich. Da sind vier Leute drin in dem scheiß Tower. Ne, 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 das geht nicht so. Das geht nicht so. Oh, hier habe ich gar keine Musik an. Verdammt. Ah, schon besser. Oh, dieses Abreißen, ich kann das nicht mehr sehen, weißt du das? Boah. Für mich das ankotzt, ey. Dann jetzt doch mal die Steuern wieder auf 20 hochziehen. Mal runter. Ah ja, genau, das wollte ich gucken. Steuern. Weil das sind ja 11% habe ich. Und bei den reichen sogar nur 10. Ich muss eigentlich mal ein bisschen höher gehen, ne? Boah, jetzt habe ich... Wieso sind denn die jetzt hier ohne Unterricht? Sind die denn doof? Was ist denn? Was hast du denn? Boah, ich habe jetzt 4.000 Arbeitslose. So viele habe ich noch nie Arbeitslose gehabt, ey. Ich bin auch echt mal überlegen, ob ich sonst vielleicht einfach die Wohngebiete anpasse. Und da einfach so mittleres Einkommen hinsetze, statt den Billigleuten hier. Weil da müsste das Problem sich ja auch eigentlich auflösen. Weil wenn ich keine... Also weniger von dem einfachen Einkommen habe, habe ich auch automatisch weniger Arbeitslose, oder? Ja. Theoretisch schon. Ja, ich habe auch recht viel. Also von den einfachen. Ich glaube... Da habe ich dann einen Reich. Einen Reich habe ich irgendwie gar nicht, glaube ich. Ich kann ihm auch mal ein paar verzüchten. Oh, das ist jetzt so ein Schandfleck. Komm mal weg. Habt ihr schon viele Parks gebaut eigentlich? Schon, ja. Okay. Auf das Baseballfeld sehe ich jetzt nichts. Ich baue jetzt erst mal ein paar Dinger hier. Aber ich switch jetzt mal um von Tugnuss auf Handel. Okay. Weil das geht mir nur noch hier. So. Mal schauen. Oh, jetzt habe ich gleich ein bisschen viele Reiche. Obwohl, es geht eigentlich. Bin ich mal gespannt, was passiert. Bin ich auf jeden Fall bei 2000 Minus in der Stunde. Das ist schon mal nicht so gut. Oha. Hm. Und direkt die ganzen Obdachlosen in dem Park. Geil. Auch ganz hervorragend. Ey, müsst ihr euch mal angucken. Meine ganze Stadt ist gelb mit den ganzen Obdachlosen hier, die da rumlaufen. Ah, warte. Man. Der musste sich da unten auf der Einwohnerzahl drücken, dann hat es mir die da angezeigt. Ne, du musst doch das abreißen. Also ich weiß gar nicht, ob du das so sehen kannst. Ich glaube es fast nicht. Was soll er jetzt hier? Achso. In Ölbucht, oder? Ne, hier in Riverside. Achso, ja. Wart mal. Ja, ne, die Arbeitslosen werde ich wohl wahrscheinlich nicht sehen. Ich habe hier kein Abreißenzeichen bei dir. Wäre auch ein bisschen komisch. Ja.